Derrick, erstmal herzlichen Glückwunsch. Einmal zu dem Tor und einmal zu drei Punkten. 2-0 gegen Wiesbaden, wie fühlt es sich erstmal an? Erstmal sehr, sehr gut. Wir haben das umgesetzt, was der Trainer von uns verlangt hat. Wir wussten, wenn wir eine gute Intensität haben, dass wir ein gutes Spiel machen. Das haben wir über 90 Minuten gezeigt und deshalb bin ich sehr, sehr froh über das 2-0. Vielleicht noch ein Wort zur Kulisse. Heute wieder 31.000 Zuschauer beim Spiel gegen Wiesbaden. Überragend. Wir wissen, dass die Fans uns jedes Spiel Energie geben. Die haben uns heute auf jeden Fall sehr gepusht. Wir sind einfach froh, die an unserer Seite zu haben. Ich hoffe, dass es so weiterläuft. Jetzt wird der ein oder andere 96-Fan mit Sicherheit auf die Tabelle gucken. Jetzt steht aktuell Platz 2. Wie fühlt sich der Platz oben an? Verständlich, dass sie drauf schauen. Sehr, sehr gut. Wir wollen einfach von Spiel zu Spiel denken und Spiel zu Spiel so weitermachen. Wenn man gewinnt, dann fühlt sich das immer gut an. Ich hoffe, dass das Gefühl auch lange erhalten bleibt. Dann wünsche ich viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.